Und damit, liebe Freunde, seid mir wieder herzlich willkommen zurück bei Everybody's Gone to the Rapture. Ja, weiter geht's mit dem schönen, wunderbaren Abenteuer hier in einer kleinen Stadt, die irgendwie ziemlich mir groß erscheint auf einmal. Denn wir haben ja schon, ich glaube, zwei Kapitels irgendwie hinter uns und befinden uns jetzt hier in Kapitel Frank. Und ja, wir haben ja in der letzten Folge zum Schluss gesehen gehabt oder beziehungsweise gehört gehabt hier und die Nachricht von Kate. Ich kann sie gerne nochmal abspielen, damit der ein oder andere weiß, worum es im Prinzip eigentlich geht. Also scheint dieses Licht oder dieses Wesen oder was weiß ich oder diese fremde Existenz irgendwie Einfluss auf uns zu nehmen. So wie Kate das irgendwie gerade so sagt, es sind ein Haufen Erinnerungen auf ihr eingestürzt. Und ich frage mich, was bezweckten die damit eigentlich? Also was bezweckt das Licht oder warum geht es eigentlich mit diesem Licht? Was will dieses Licht? Ist Kate irgendwie so eine Auserwählte oder was weiß ich, die da halt einiges gezeigt wurde? Oder keine Ahnung, das sind natürlich alles Mutmaßungen, die ich hier jetzt anstrebe. Also, ähm, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Oh, Frank? Du rückst aus der Puste. Was ist los? Der Store im Observatorium ist kaputt. Wollte mir eine Leiter ausleihen. Großer Gott, hinter der Mauer geht's vier Meter tief runter. Ich bin alt, aber nicht unfähig. Krieg ich die Leiter jetzt? Niemand sagt, du wärst unfähig. Breeze? Ja, Frank? Holst du die Leiter für Graham? Sie steht neben der Scheune. Mach ich. Und du sei vorsichtig. Nicht, dass Stephen Appleton mir die Hölle heiß macht, weil du dir den Hals gebrochen hast. Okay. Er möchte also der Leiter sich ausleihen. Das finde ich natürlich sehr schön. Und da hinten macht sich das Licht schon wieder breit zu einem nächsten Gespräch, denke ich mir immer, den wir mitverfolgen sollen. Und irgendwie machen wir auch so ein bisschen die Wolken am Himmel ein bisschen so rum. Das sieht irgendwie stark nach dem Unwetter aus. Wer weiß. Wir wollen uns jetzt mal weiter hier umschauen, bevor wir uns hier noch festwachsen und Wurzeln schlagen. Ach, hier ist auch wieder so ein altes Fahrzeug. Taschenlampe. Hier ist wieder eine Werkzeugbank. Ich glaube, hier können wir nichts weiter irgendwie gucken, oder? Wir gucken mal. Wir schauen mal hier in den Auto rein. Ich bin ehrlich gesagt auch ziemlich gespannt, liebe Freunde, wohin dieses Abenteuer uns noch fühlen wird. Ob wir auch vielleicht noch zum Observatorium kommen. Ich denke mir immer mal schon. Denn wie wir ja wissen, befindet sich ja Kate im Observatorium. Und hier ist wieder so ein alter Würfel. Guckt euch das mal an. Geil. So ein alter Farbwürfel. Ich habe so einen auch noch hier zu Hause zu stehen. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. Aber ich habe allerdings nicht mit vier rein, sondern nur mit drei rein. Also mein Würfel ist ein bisschen kleiner. Aber damit spiele ich, ehrlich gesagt, hin und wieder auch nochmal ganz gerne. Mache ich so, wenn ich so vor mir hinschille. Am Rechner. So, was haben wir hier? Gebietsschilder, Problick. Wir können ja hier mal über das Feld latschen. Und rennen mal zu der anderen Scheune rüber. Das sieht ehrlich gesagt hier alles geil aus. Die ganze Atmosphäre hier. Die Heuballen. Die Heurollen hier. Und das Licht beweist uns wieder den Weg. Ich glaube, ich habe mich jetzt bestimmt verrannt. Wir kommen hier gar nicht rüber, oder? Ach, wir hätten mal... Ich glaube, wir hätten... Wir hätten mal bestimmt auf dem... Na. Auf dem Weg bleiben sollen. Denn hier durch diese Zäune kommen wir hier nicht durch. Okay, dann muss ich wieder einen Schritt zurück latschen. Ja, das ist so. Kann man nichts machen. Aber... Nichtsdestotrotz können wir einfach mal hier in der Zeit die Natur genießen. Das hat ja auch was Schönes, finde ich. Ach, so ein schönes Landleben. Ich weiß nicht. Wäre das überhaupt was für euch? So ein schönes Landleben? Oder seid ihr eher so... Oder seid ihr eher so die Stadtmenschen? So Großstadtgetümmel? Viel um euch herum? Ein bisschen halt lebendiger alles zu haben? Also ich könnte mir durchaus vorstellen, mal so... Ja... Ich sage mal so, auf dem Land würde ich jetzt nicht leben wollen. Aber... So für ein paar Tage oder so würde ich doch ganz gerne mal auf dem Land verbringen, um einfach mal abzuschalten, um mich zu relaxen, um einfach mal so den Kopf ein bisschen frei zu kriegen. Das... Doch, das wäre schon... Wäre schon nett. Oh. Hey! Ich muss mit dir reden! Scheiße! Was zum Teufel soll das werden? Was hast du vor? Geh mir aus dem Weg. Was hier ist wichtig? Du warst bei Lizzie. Wenn du ihr wehtust, prügel ich dich windelweich, Junge. Ich muss das Muster verfolgen. Das ist entscheidend. Wovon redest du da, Steven? Die Leute sind krank. Die Vögel sterben. Meine Kühe sind tot. Wo ist Kate? Noch oben im Turm, soweit ich weiß. Ich könnte die radialen Koordinaten der Primäroszillatoren neu kalibrieren, wenn das anhält. Steven, wo ist Kate? Was ist hier los? Bleib mir einfach vom Leib! Boah, ist das schlimm. Es ist echt schlimm. Wenn man bedenkt, Steven und Kate, die waren ja malerweise zum Anfang, wo wir dieses Abenteuer bestreitet haben. Die waren ja so dick miteinander. Die waren ja ein Paar, waren die. Die haben ja Gefühle füreinander gehabt. Die haben sich geliebt. Und mittlerweile ist Steven so dermaßen irgendwie ja, aggressiv, hysterisch irgendwie und sieht vor lauter Baum den Wald nicht mehr irgendwie, hast du das Gefühl. Und keine Ahnung, also irgendwie ist ihm Kate momentan sowas von scheißegal, habe ich so das Gefühl. Ich frage mich allerdings, ob er noch irgendwann mal wieder zur Besinnung kommt oder ob er vielleicht an diese ganze Gelegenheit hier schuld dran ist. Das kann auch alles mit Steven irgendwie zusammenhängen, man weiß es nicht. Aber er fällt da doch relativ schon negativ hier auf in diesem Spiel. Also er versucht ja auf Teufel komm raus, hier irgendwie alles zu bereinigen. Und taucht auch in jedem Kapitel irgendwie mal wieder so auf. Und das ist aber auch nicht positiv, liebe Freunde. Und hier werden wir bestimmt wieder ein weiteres Gespräch mitführen können. Oh mein Gott, das sieht hier aus. Ist doch was. Hast du gar nicht gesagt, dass sie krank wären? Als ich gestern Abend nach ihnen gesehen habe, ging's ihnen gut. Und als ich heute Morgen wach wurde, waren sie alle tot. Und Charlie, hast du heute schon mal Vögel gehört? Also, da hab ich nicht wirklich drauf geachtet. Meine Schwester glaubt, sie fallen überall rund um den Wrecken vom Himmel. Und Dr. Wade meint, im ganzen Dorf werden die Leute krank. Mac meinte, ich bräuchte heute nichts auszuliefern. Das ganze Tal würde unter Quarantäne stehen. Ich glaube, am besten sitzen wir es einfach aus. Das wird schon wieder, Frank. Das wird schon wieder? Ja, stimmt. Das mit deinen Kühen tut mir leid, Frank. Aber wenn sich die Lage beruhigt, klärt sich das. Es muss irgendwelche Regelungen für sowas geben. Du solltest mehr Radio hören. Es sieht überhaupt nicht so aus, als würde sich die Lage beruhigen. Ich sag's dir, Charlie, hier passiert irgendwas Großes. Okay, die Kühe sind also hier gestorben. Sind draufgegangen. In die ewigen Gergründe. Okay. Und er speikert hier an dieser Stelle wieder. Und draußen wird's schon wieder ziemlich hell. Boah, das Spiel wird immer interessanter, muss ich ganz ehrlich sagen. Das gefällt mir. Diese ganzen Fliegen hier vor der Scheibe. Und da hinten fliegt schon wieder dieses Licht umher. Aber wir werden uns jetzt erstmal hier noch ein bisschen umschauen und die noch nicht gleich verfolgen. Ist auch ganz cool hier. Geile Sache. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, wir haben das genug jetzt auf uns einwirken lassen. Jetzt werden wir mal ein bisschen vorwärts gehen. Und da oben geht's auch lang. Wir werden jetzt erstmal nach da oben gehen, auf den Berg hinauf, bevor wir hier runter marschieren und das Licht weiter verfolgen. Ich denke mir mal, da oben werden wir bestimmt auch noch was zuhören bekommen. Und wir können hier Gott sei Dank hier gleich rüberspringen. Aber müssen wir nicht hier den ganzen Weg da hinten zurückgehen, weil die Hecke uns im Weg ist. So, unten ist er. Jawohl, drüben sind wir. Hier ist wieder eine Bank. Hier ist auch wieder eine Karte. Von dem Gebiet. Mal gucken, wo befinden wir uns jetzt? Wird uns das hier da gezeigt? Jura hier. Wir sind dort. Da wird es uns angezeigt. Mit dem roten Pfeil. Okay. Scheinen wir uns einmal komplett in dem Kreis zu bewegen. In dem Gebiet. Das ist ja mal sehr interessant. Falls ihr so ein Geschnarche hört, irgendwie hier so im Hintergrund, dann sieht mir das ein bisschen nach. Das ist mein Hund. Der schläft wieder seinen Schlaf der Gerechten hier. Quarantäne. Wir kommen nicht rein. Verdammt. Und ich höre aber ein Telefon. Warum kommen wir da nicht rein? Ob es einen anderen Weg da reingibt? Kommen wir vielleicht von der anderen Seite irgendwie rein? Müssen wir mal gucken. Bin ich ja mal sehr gespannt. Da hinten scheint ja auch noch was zu sein, da oben. Vielleicht kommen wir ja irgendwie von der anderen Seite rein. Wir werden einfach mal den Weg hier lang marschieren. Vielleicht finden wir ja noch einen anderen Einstieg beziehungsweise den Weg hinein. Ich bezweifle das ehrlich gesagt stark, aber ich will hier alles ausprobieren. So. Hier fehlt immer noch ein Zaun lang. Darum scheint auch alles eingezäunt zu sein. Hier haben wir vorhin Steven ja belauscht. Ich glaube, wir kommen da nicht hoch, oder? Nee. Wir kommen da nicht hoch. Schade. Warum kommen wir da nicht hoch? Da kommen wir ja bloß wieder hinten zurück zu dieser zu der Scheune da. Wo wir Frank zugehört haben. Wo sein anderer Kollege oder Freund sich eine Leiter ausgeliehen hat. Hm. Nee. Das hat ja keinen Sinn, wenn wir da hinten lang laufen. Da kommen wir nicht oben rein. Vielleicht, äh, vielleicht weiter vorne. Man weiß es ja nicht. Vielleicht gibt es da ja noch irgendwie ein Weg, dass wir da reinkommen. Ach, ist das schön. Ich mag diese, ich mag diese Gegend hier. Auch wenn die ein bisschen verlassen aussieht. Ich höre schon wieder was. Da unten waren wir ja. zu der Mühle gehen wir auch noch mal hin, falls wir, ähm, dort hinkommen. Mhm. Okay. Können wir jetzt hier irgendwie... Oh, nee, wir kommen hier nicht durch. Schade. Ich hätte jetzt gedacht, ich hätte jetzt gedacht, wir könnten die ein bisschen abkürzen, da wir ja schon nicht so schnell laufen können. Aber gut. Aber gut, sei es drum. Ja, ja, das Licht ist schon wieder ungeduldig. Das will schon wieder, dass wir es folgen. Ja, ist ja gut. Ganz ruhig. Wir waren uns ja schon auf dem Weg. Wir folgen die ja schon. Und da hinten sich auch schon wieder, dass er dort aufleuchtet. Nicht schlecht. Und da hinten sich auch nicht... Wo? Wo es hier stehen ist? Na bitte. Nicht Frank. Danke, Frank. Jetzt steht es nicht mehr im Weg. Keine Ahnung, was los ist. Es ist einfach ausgegangen. Starte nochmal. Und ich habe doch gerade erst noch vollgetankt. Liz. Robert ist mit dem anderen Wagen im Ort. Ich wünschte, er käme zurück. Er hat versprochen, heute Morgen zurück zu sein. Glaubst du, er ist wieder mal aufs Auftour? Ich kann ihn nicht rund um die Uhr überwachen, Frank. Er ist kein Kind. Was ist los, Lizzie? Gar nichts. Du triffst dich wieder mit Steven, oder? Hm. Ihr beide könnt wirklich nicht so weitermachen. Falls Robert bis jetzt noch nichts gemerkt hat, wird er es bald. Nicht, wenn er weiter so dringt, wie bisher. Oh, Scheiße. Überzeihung, Frank. Aber dieser verdammte Schrottkarre. Warum springt das Ding nicht an? Na komm, ich nehme dich mit. Ich nehme dich mit. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020